ja du hast aber eigentlich hier ja das ist wie gesagt diese ganze affenbande die hier in den bäumen zu hause ist auch auf den strohrohrdöchern sitzen gern da zieht sich da gerade so ein rohrpippen raus da weiß nicht was der chef sagt hier von das ganze wenn der das sieht wenn der ihm das dach da abdeckt da kommt schon der nächste an bisschen zanken und kappeln gehört dazu noch einen raus und wird ein stück abgebissen ich weiß nicht ob das schmeckt der nächste so ist hier das leben der affen